In your mind I wanna know Am I losing my mind Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know Hallo Wir sind heute Es ist unser erster Ferientag Und wir sind heute bei beiden Pferden Am Stall Und wir sind gerade bei dem süßesten Pferd Hier am Stall Und das ist nämlich Maximus Und wir zeigen euch jetzt mal Maximus Und zeigt euch die anderen Pferde Und wie wir heute reiten und so Und heute ist unser erster Vlog Und wir machen den ganzen Sommerferien Einen Tag ein Das ist Maximus Ich kann mal herholen Der kleine Maximus Hengst von uns Der ist jetzt fast zwei Monate alt Ja fast zwei Monate Ja der ist zwei Monate alt ey Ja Maximus der ist rüsig geworden Aber die Eltern sind aber auch riesig Sunny ist riesig Sunny ist die Mutter Und Maximus ist der kleine Der Spitzname von Maximus ist Max Ja also er heißt Maximus Sein Spitzname ist Maxi Und er kriegt Oder er hat jetzt schon sehr kleine Zähne Und ja da wird dort kommuniziert Ich kann mich mal die Zähne zeigen Maxi Ich kann mich mal die Nummer aufmachen Maxi Ja Maxi Maximus komm mal her Komm mal Wir gehen einfach mal nach da vorne im Film Und das ist der Klein Das ist der kleine Voll der Süße Und er frisst auch schon ein bisschen Heu So heute war ein echt langer Tag Ähm am Stall und ja, wir haben heute viele Pferde geputzt und so und Nia kümmert sich gerade um ein oder wir bringen gerade ein Pferd weg. Das heißt Smarty. Nia winkt meine Kamera. Da hinten ist richtig Smarty. Geiles Gewitter. Das geht immer von der Zeit, aber ich muss jetzt die Pferde wegbringen. Hier, ne? Ja, genau hier. Komm, ich hab mal den Riemen aufgemacht. Geran. Magier. Komm, wir gehen zu dem Spur nochmal. Angeber. Grüße. So, wir chillen uns jetzt nochmal hin. Und so. Wir chillen uns jetzt vor dahin, gucken das Gewitter nochmal mit unser, also gucken wir das Gewitter nochmal an das da hinten. Richtig geil. Weil es wieder zu dollern und dann gehen wir nach Hause und dann melden wir uns später nochmal. Ja. Und ich hoffe, wir fahren morgen noch mal zum Stahl und wir machen auf jeden Fall jeden Tag einen Vlog, auch wenn wir nicht beim Stahl sind. Aber ja. Ja. Und wir sagen bis morgen und ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.